In einer Zeit, in der Corona die Welt beherrscht, sollte man doch meinen, dass ein Fest immer so bleibt, wie es mal war. Endlich wieder Cap in Elschbach. Ja, es wird aber auch endlich wieder Zeit, oder? Da hast du recht. Ja. Du, aber irgendwas ist anders dieses Jahr. Echt? Findest du? Ja, ich weiß jetzt auch nicht was, aber irgendwas ist doch hier anders. Ach komm. Naja, egal. Prost, ne? Prost. Prost.